Hey Leute, willkommen zurück zu Janna Sisters Twisted Dreams. Wir machen weiter im Flauschwolkenberg. Ist es nicht herzlich? Flauschwolkenberg, oh Gott, das kann ja nur schrecklich werden, wenn ich sowas schon lese. Das wird bestimmt nicht nett. Moin. Oh, Kaugemies. Haben da Kaugemies raus? Okay. Das ist ja gut. Warte, erstmal das dicke Ding da erwischen. Ah, nein. Achso, da war gar keine Plattform. Das sah aus, als würdest du daneben rauf gehen. Komm, kommt ihr wieder? Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Das ist ja ganz neu, eine Kaugemieblase. Ja, kein Wunder, dass die Dinger nicht mehr wiederkommen, weil man braucht sie auch nicht mehr. Okay. Vielleicht sollte man sich doch nicht auf diese Blase verlassen, sondern auf seinen Feuerball. Oha, ich hätte es drücken gedrückt lassen sollen. Egal. Ich glaube, ich komme da trotzdem nochmal hoch mit der Kugel. Es ist so gut einfach. Ich hoffe mal, da machen sie nicht ein paar fiese Passagen später, in denen man die Kugel benutzen muss. Sonst wird es ganz schön heftig. Wat? Ach, Mann. Ich will da noch ganz danach hoch. Ganz danach oben, ganz danach hoch, genau. Sehr gut ausgedrückt. Achso, hier geht es gar nicht weiter. Nope. Warte mal, vielleicht... Vielleicht kann ich mich da ein bisschen rüberzwirbeln. Oh, guck mal, das geht tatsächlich. Ah! Ach komm, pfeif auf die paar Steine. Warum? Warum gehst du denn da runter, Mädchen? Warum? So, ich fliege da mal ganz schnell rauf. Ich will nämlich auf der Wolke landen und dann weiterspringen auf das Teil hier. Wirst du doch gehen, oder? Ach, jetzt bin ich ganz hier oben. Na, wat soll's. Ah, okay. Wow, das war ein Flug. Das war okay, das kann man so lassen. Oh Gott, was? Was? Warum fliegt sie denn so weit rüber? Ich hab nur ganz leicht gedrückt. Oh ja. Ja, aber zum Glück kriegt man die Dinger, wenn man sie einsammelt. Und nicht, wenn man dabei dann auch am Leben bleibt. Das wäre ein bisschen fies. Wow, das ist ja ganz schön träge, diese Steuerung. Ja gut, ich meine... Lenkt ihr mal in einer Kaugummi-Blase. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Okay. Aber ein neues... Äh, komm schnell drücken, drücken, drücken. Ich weiß gar nicht, ob ich die Taste hämmern muss oder gedrückt halten muss. Wat? Da geht sie raus? Das ist ja fies. Okay, dann machen wir das gleich mal so. Ich dachte schon, die werden jetzt zum Kaugummi des Todes, dass wenn ich mir den nehme, dass ich dann sterbe. Das wäre ein bisschen gemein, aber wäre auch nicht... Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. So, erstmal das Schutzschild. Ja, komm, pfeif auf die Dinger. Uah! Ey, das ist ja gemein. Ich muss da, glaube ich, runtergehen und sterben, sonst... Sonst kriege ich die gar nicht alle. Hallo? Was soll ich das denn machen? Okay. Och, Mann. Das ist gemein. Nee, ich will sie nicht andern draufgehen lassen. Mit Absicht vor allem. Das ist ja mehr oder weniger mit Absicht, was die hier von mir verlangen, dass ich sie sterben lasse. So. Wop, 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 wop. Achso. Ja gut, das geht. So. Frage ist, können wir die Blitze was anhaben oder ist das einfach nur optisch irgendwie? So ein Effekt in der anderen Welt. Uah! Och, nee. Ja, dann kann ich mich auch gleich sterben lassen. Habe ich mein Schild wieder? Nö, natürlich nicht. Oh! Na gut, das war nicht so clever. Geht die auf? Ja. Äh, verdammt. Ach, die Dinger kommen wieder. Das ist okay. Dann kann ich da ja nochmal versuchen hochzukommen. Los! Jawoll! Kann ich hier überall laufen oder ist das wieder nur begrenzt auf 1, 2 Stellen wie eben bei den anderen? Dann, nee, oh man fällt aber durch. Immer noch. So. Ich nehme mal die Kaugummi-Blase. Hä? Warum bleibe ich jetzt drinnen, wenn ich mich verwandle? Das verstehe ich nicht. Eben ging es doch nicht. Da war ich automatisch wieder raus aus der Blase, als ich da die Gestalt wechselte. Nee. Nee. Komm, komm. Was? Achso. Ja, ja. Ja, ja. Das müsste man ja auch sagen. Also es verlangt, dass ich wechsle, sonst geht es gar nicht weiter. Ich fliehe aber immer so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche. Es könnte ja sein, dass man da durchfliegen kann, dass das so eine durchgängige Wand ist. Aber nee. Uh, uh, uh. Komm, pfeife auf den einen. Äh, äh, äh. Okay. Speicherpunkt. He, he, he. So. Ist doch alles machbar hier. Oh, oh, oh. Ja, wenn man sich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr so wild. Dieser Bubble. So. So. So geht das. Ah, 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 ah. Ja, das war nicht so gut. Ich hätte wirbeln sollen. Auch nicht schon wieder von hier, oder? Mano. Muss ich alles nochmal fliegen. Na, komm. So. Huah, ah, ah. So, 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 so. Da durch und zack. Wunderbar. Safe point. Ach. Ja gut, ich darf nur den Wirbelsprung nicht machen. Ich darf mich schon verwandeln, aber nicht wirbeln. Äh, schnell durch. Nein. Nein. Du Mistvieh, ich hab's gewusst. Sollte mich zu schnell machen. Ja, auch nicht zu schnell drücken, weil dann passiert das hier. Ich hab's ja gesagt, der Berg, der hört sich nur niedlich an. Wirklichkeit ist das eine Todesfalle, verdammt. Ja, das ist gar nicht so leicht. Würde ich beim Zuschauen jetzt auch denken. Mann, stellst du dich wieder an. Ja, das tue ich schon, aber. Leicht ist anders. Das muss ich sagen. Oh, komm schon. Ich wollte noch. Ich sag ja, die Steuerung ist sehr, sehr träge. Wirklich sehr, sehr träge. Wenn ihr ja nicht irgendwie schon eine Sekunde vorher lenkt. Und dementsprechend drückt, dann. Wird das nix. Nein. Mann, ich hab's doch weggedrückt. Du blöde Kuh. So. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nö. Aber ich hab die Dinger bekommen. Ist mir egal. Dann musst du halt leider noch mal den Freitod wählen dafür. Oh, komm schon. Ich war drüber. Die Hitboxen sind auch unbarmherzig. Da zählt jeder Millimeter. Seht ihr, das war eben genau richtig. Macht doch nicht sowas, du blödes Hühnchen. Fettes Hut. So, die möchte ich aber jetzt haben, diesmal. Och ne, das Ding fliegt im Kreis. Na, klasse. Okay, okay, okay. Gleich schon mal gegensteuern, sonst... So, wunderbar. Endlich. Wuss. Ihr blöden Viecher. So. Ende Gelände. Level beendet, sehr schön. Oh, ich hab sogar gar nicht mal so wenig. Naja. Yay, juhu. Das Smaragg-Lippen, wie viel gibt's denn eigentlich noch? 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. 3, 9. Oh. So viele Levels noch. Oh Gott, dann werde ich ja noch eine ganze Menge Videos für brauchen. Smaragg-Lippen, geht's weiter. Ach, ist es nicht schön. Die Musik. Wow. Na. Ach so, da kann ich drauf laufen, dann ist es okay. Da ist ja alles okay. Geht's da runter? Ah. Oder ist das wieder Toad? Ne, es geht runter. Okay, wo komm ich da jetzt? Ah, ja. So, wunderbar. War da jetzt noch was? Ah, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, peng. Ich glaub, die Punkte krieg ich so oder so zusammen. Es geht nur um die Vollständigkeit und die ist mir ehrlich gesagt eh ein bisschen schnuppe. Oh. Das ist mir eh ein bisschen schnuppe. Ich brauch nicht hier alle Punkte zu sammeln. Darauf lege ich nie so viel Wert, ehrlich gesagt. Mir reicht es schon, wenn ich hier halbwegs gut durch die Levels durchkomme. Mäh. So. Peng. Peng. No, ich hab doch nach oben gemacht. Nicht zur Seite. Mann, du... Und du gehör. Du kleines gehör. Jetzt mach ich's ein bisschen langsamer. Nach oben bitte. Dankeschön. Oh yeah. Wie die Ketten von einem Panzer hier. Das gefällt mir doch schon mal gar nicht. Ich mag keine Panzer. So. Wunderbar. Aha. Ja, ich seh schon, was der Trick ist. Uah. Was? Achso, ich hab's getroffen. Okay. Was? 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 Warum ging's da nicht weiter? Das sah doch so aus, als würde es da weitergehen. Mensch Mädchen. Spring ich so hoch. Alter. Warum springt sie so hoch? Ich hab nicht mal den Knopf gedrückt gehalten. So. Äh. 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 Na gut. Wo ist denn hier mal wieder... Ja. Darauf hab ich gehofft. Haha. Darauf hab ich gehofft. Na komm schon. Achso. Da kann ich gar nicht durchspringen. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Nein, 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 nein. Haha. Mann, wie fies. Da muss man auch noch timen. So. Peng. Okay. Und den auch noch. Nehme ich alle mit. Ah. Oh, oh. Huhuhu. Ja, beinahe wäre ich wieder in mein Verderben gesprungen. Was? Achso, dann muss ich da unten durch. Ja, klar. Machen wir doch. Ui. Machen wir doch. Und. Safe Bolt. Sehr gut. Achso. Na toll. Sag mal, das ist doch einer. Ich dachte eben schon. Ja, und natürlich ist wieder mein tolles Teil weg. Also von wegen mein Schutzschild und so. Find ich gar nicht gut. Müsste ich eigentlich wieder haben von einem Safe Point. Fand ich dann ein bisschen fairer, muss ich sagen. Dann sterbe ich wenigstens nicht bei jeder Gelegenheit. Ah, und durch. Komm schon. Jawohl, da ist wieder einer. Huh. Alter Schwede, was kommt denn hier alles? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verkohlen? Wollt ihr mich verkohlen? Die Hasen des Todes. Ja, ja, ja. Oh nö. Da fällt immer wieder neues Zeug runter, oder was? Ja, und hier sind es natürlich so Windräder. Das ist ja süß. Voll schnuckelig und so. Oh. Alter. Was kommt denn da alles? Ja gut, so sieht es jetzt nicht wirklich schwierig aus, aber. Es ist halt eine Menge, was hier einfach mal runterfällt und alles. So, Peng. Und sie springt dann auch noch so hoch dabei. Das muss doch nicht sein, Mädchen. Kannst du nicht einfach so einen kleinen Hopserchen machen, wenn du auf die Typen springst? Äh. So, Hase. Die will ich alle mitnehmen. Dankeschön. So, und hier geht's weiter. Ach, da unten ist noch was. Warte. Will haben. Und hier ist auch noch was. Ja, ein großer Kristall. Oh, nö. Nö, nö, nö. Nein! Oh Mann. Nur weil ich so gierig bin. Nur weil ich diese Dinger haben will. Aber ich glaube, jetzt dürften keine... Na doch, natürlich kommen wieder. Fette Viecher. Bam. Bam. Du auch noch. Komm her. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt will ich meinen Safepoint, bitte. Ja. Hasen des Todes. Ja, wie? Warum werde ich getroffen? Warum werde ich getroffen? Egal. So, alles meins. Alles meins. Na, alter. Ah, haha. Überhaupt nicht unfair. Was soll denn das? Mano. Töte mich mit einem Herzen. Löder Hase. Hallo? So, jetzt ist gut. Okay, okay. Ich seh schon. Warum? Warum komm ich da unten nicht mehr dran? Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder ganz runter. Na, hör auf. Hör auf. Nein. Ach so. Ja, gut. Zu früh gewechselt. Ist schon klar. Hab ich verstanden. Danke. Hör auf zu schießen. Dreckvieh. Trägiger Hase. So. Ich lass die Variante. Und jetzt warten wir einfach ein bisschen. Ein bisschen warten. Okay. Ey, ich hab doch. Kannst mir nicht sagen, dass das nicht rechtzeitig war jetzt. So. Ich bleib jetzt einfach in der Mitte. Ach so, ich soll die Plattformen wechseln oder wie sehe ich das? Doch, nö. Ich hab nicht gewechselt. Ja, ja, komm. Nochmal das Ganze. Hüpf, hüpf. Ja, es ist wirklich nicht leicht das Spiel. Ich stelle mich aber auch manchmal an, da kann ich mich selber ärgern, ne? Furchtbar. Nein, 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 nein. Äh. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, ne, komm schon. Irgendwie hab ich auch grad so ein bisschen komisch. Es läuft gerade nicht so, also von den Frames meine ich jetzt, ne? Irgendwie läuft das gerade nicht so. Ich möchte nämlich jetzt mal was ausprobieren. Kann ich ganz an den Rand, dass mich das Zeug gar nicht mehr trifft? Und drehen die sich rum, wenn ich die Gestalt... Ne, okay. Warte mal so. Genau. Ich hoffe, du fällst nicht runter, Mädchen. Genau, so sieht's aus. Das ist 10. Ich find's halt voll gut, wie sie lacht. Achso, mit der Schildkröte muss ich ja, ne? Fängt, nein. Egal, ich hab ein Save-Point. So. Aber was mach ich denn? Was wollte ich überhaupt machen? Kann ich auf die Schildkröte drauf springen? Geht das? Warte mal. Also auf diesen Piranha jetzt, beziehungsweise, ne? Was muss ich da machen? Ich seh's doch. Rausspringen und dann wirbeln. Ja, toll. Warte mal, ich teste's mal. Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich glaub, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss das machen und dann warten und dann drauf, oder? Nö. Geht nicht. Ach, nö. Achso, geht's. Okay. Wat? Springen und dann wirbeln. Ja, das ist nicht schwer. Das kann ich mir wohl denken, dass das so geht. So, dann da raus. Dann auf dich, Kumpel. Ich seh mal lacht. Ich find das so geil. Wie so ne freche Göre. So, achso, es geht nach links. Na gut, dann gehen wir nach links. Oh, du Hase des Todes. Blöder Hase des Todes. Was zuckelt das Vieh denn so komisch da rum? Gefällt ihm wohl nicht. So. Warum ist da ein Totenkopf? Oh, ich weiß, warum da ein Totenkopf ist. Naja. Oh, komm schon. Warum musst du auch so hoch fliegen, Mensch? So. Ah, das ist gar nicht so schwer. Wow, was, was? Was ist hier denn los? Ich, was? Aha. Das ist ja cool. Ich dachte, ich werde jetzt zu brutzeln, weil ich mich wieder so doof anstelle. Aber nö. Das war ein Secret. Also ein Teleportierer. Ah. Ich mach wieder einen Mist hier. Egal, komm. Pfeifen auf das Secret. Sterben mal lieber. Oh, kack. Kack, kack, kack. So. Okay, okay. Alles gut. Mach ich's halt so. Und wir zwirbeln uns nochmal in das Secret. Ich will das nämlich haben. Weiß nicht, ob das ein Secret ist oder ob ich da hin muss. Aber, peng. Ich möchte's gerne haben. So, diesmal gehe ich kein Risiko ein. Guck mal, das fette Vieh. Flap, flap, flap. Ah. Och, nö. Ey, komm schon. Das ist jetzt fies gewesen. Das war richtig fies. So. Jetzt aber. Ich will da hin. Ich will da hin. Moin. Peng. So. Alles klar, so mach ich das jetzt. Wenn das Ding nicht so dumm fliegen würde. Seht's euch doch mal an. Oh Gott, das war knapp. Was schaff ich denn auch wieder hier? So. Da ist was. Was? Was mach ich denn wieder? Ich mach wieder total doofe Sachen hier. Ich mach das jetzt so. Nein. Ach. Spring doch da rauf, Mensch. So mach ich das jetzt. Huh. Ja gut, dass doch nicht alles einbröckelt. Na. Oh, es ist so leicht. Aber ich stell mich hier wieder so an, ne? So. Nein. So. Die brechen aber ganz schön schnell ein, die Teile. So. Endlich Secret. Meins. Meins, meins, meins. Okay. Was? Ah, gut. Das ist ja nicht allzu schwer hier, was die mir hier vorsetzen. Alles sammeln, sammeln, sammeln. Kugelfisch. Fette Kugelfisch. So, da muss ich wohl. Oh. Haha, das war clever. Hab ich gar nicht gesehen, dass da auch wieder Zacken sind. Ich bin kein Perfektionist in diesem Spiel. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich einfach nur halbwegs gut durchkomme. So. Was haben wir hier? Da ist das Exit. Aber. Na komm. Ich bin kein Perfektionist in diesem Spiel. Ach, mir haben nur 100, fast 100 gefehlt. Naja, immerhin. Damit kann ich leben. Geistersumpf. Oh Gott. Nicht die Geister wieder. Die waren doch schon im Schloss. In dem einen. Das war nicht schön. Das war gar nicht schön. Ja, da kommen sie wieder. Genau die. Oh, in dem Herz verbrutzeln sie. Ja, das ist schön. Spürt meine Liebe. Meine brennende Liebe. Und sterbt. Hehehe. Na, kommt ihr Viecher. Hehehe. So. Erstmal ein Schutzschild. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt gegen die Geister. Bringt das was? Weiß man nicht, ne? Aua. Och, nö. Nö, 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 nö. Da geht's gar nicht rüber. Aber ich will jetzt nicht jedes Mal zu dem Herz flitzen, wenn ich hier irgendwie die Dinger an den Hacken hab, ne? Das muss doch nicht sein. Ach so. Huh. Nö. Und rüber. Und weg. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Du stinker. Stinkender Geist. Ich geh jetzt einfach durch. So sieht's aus. Ich sammle hier nichts. Ich geh durch. Ach so. Da ist wieder das Herz der Liebe. Uß. Ja. Und die Brühe des Todes. Oh, die Musik. Oh, das ist so gut. Hihi. Ich muss schneller sein. Die ist aber ganz schön... Uah. Ganz schön fies, wie die Geschwindigkeit da... Ne? Wie sie steigt. Uah. Alter Verwalter. Ist das nicht nett? Wie schnell das alles geht hier. Außer mal da. Ach so, ich verstehe schon. Äh, äh. Meine Brocken. Oh. Okay, 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 okay. Ich seh's. Ja, toll. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nicht hoch. Egal. Ich hol mir lieber einen Safepond. Wahaha.